Also, ich glaube, ich muss dir da mal was über die Männerwelt erklären. Es gibt drei Sorten von Männern. Die, die es dir gar nicht machen, die Wühler und die Pieker. Die es dir gar nicht machen, erwarten von dir, dass du frisch rasiert ankommst und haben selbst voll den Busch am Sack. Das sind auch genau diejenigen, die jeden Abend einen geblasen kriegen wollen, damit sie friedlich einschlafen können. Guten Vorteil hat's ja. Sind relativ ungefährlich für die Frauenwelt. Dann gibt's den Wühler. Der Wühler benimmt sich da unten wie eine Hausfrau am Wühltisch beim Sommerschutzverkauf, auf der Suche nach dem billigsten Schnäppchen. Der beobachtet dich die ganze Zeit beim Sex und will wissen, wie du's findest. Und er will gelobt werden. 22,80 Euro macht das dann, bitte. Bitte sehr. Und wie viele Treueherzen bekommen ihr jetzt für meinen Einkauf? Treueherzen? Ja. Treueherzen? Ich sag Ihnen mal was. Treueherzen gibt's nicht. Kannst du vergessen. Ausgestorben. Gestern erst, da hat er wieder einen heimgebracht. Denkt, ich merk's nicht. Ich bin aber nicht dumm, wissen Sie. Nur, ich hab einfach keinen Bock drauf. Ich mach da nicht mehr mit. Ich steig da aus. Eine Aussteigerin bin ich. Und wissen Sie was? Ich weiß genau, was der mit der gemacht hat. Ich mach da nicht mehr mit. Ich bin aber nicht. Ich bin aber nicht. Und das ist das. Und das ist das. Ich bin erinnert. Untertitelung des ZDF, 2020